Mit unserem gemeinsamen Projekt Entdecke Deine Schulbibliothek möchten wir Kinder für Bücher und spannende Geschichten begeistern und sie beim Lesenlernen und beim Spracherwerb unterstützen. Mit unserem Projekt richten wir uns an Schulklassen ab Stufe 2, an Freiburger Grundschulen sowie ihre Lehr- und Betreuungskräfte. Wir möchten damit die Schulbibliotheken einfach zu lebendigen Orten machen, die die Kinder mit tollen Erfahrungen verknüpfen. Dieses Projekt besteht bislang aus drei Bausteinen, der Freiburger Bücherrallye, dem Freiburger Schulbibliotheksreisepass, genannt Logbuch, und dem BIP-Kit. Mit der Freiburger Bücherrallye waren wir bislang an 14 Grundschulen in Freiburg. Unsere Bücherrallyes sind Bücherspiele, die individuell in den Schulbüchereien eingerichtet und dann vor Ort von mir und meinem Kollegen Bastian Mittelbach durchgeführt werden. Inzwischen gibt es verschiedene Bücherrallye-Formate. Bei einer Bücherrallye beispielsweise wurde Felix Lesefisch von einem Oktopus, der nicht lesen kann, entführt und muss von den Kindern mithilfe von geheimnisvollen Büchern befreit werden. Der zweite Baustein ist der Freiburger Schulbibliotheksreisepass, genannt Logbuch. Mit den Logbüchern sammeln die Kinder für das Absolvieren von Spielen und Aufgaben in der Schulbibliothek Stempel und Sticker und erhalten dafür von uns Preise. Unser dritter Projektbaustein ist das BIP-Kit. Das BIP-Kit sind Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung der Bücherrallyes im Unterricht. Dank der Fördermittel von IDBW können wir das BIP-Kit ab kommendem Schuljahr allen 14 Bücherrallye-Schulen kostenlos zur Verfügung stellen und können auch die beiden anderen Projektbausteine für die Schulen weiterhin kostenlos halten. Ja, uns bleibt wirklich nur Danke zu sagen. Wir freuen uns alle wahnsinnig über diesen Preis und dass all das mit den Preisgeldern weiterhin ermöglicht wird. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.